servos liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film ja dann wollen wir mal gucken was die kalenderwoche 28 für uns so alles an blu ray neuheiten bereithält und wir beginnen hier mit american gods der serie in der collectors edition wir haben hier die aufschrift dass es ein ja 20 seitiges comic booklet gibt sowie sechs postkarten plus wende cover ich kenne die serie nicht allerdings erfreut sie sich recht großer beliebtheit deswegen weiß ich nicht ob das jetzt für den ein oder anderen für euch interessantes oder nicht schreibt mir doch mal eure meinung dazu bitte unten in die kommentare rein dann geht es weiter mit einem etwas älteren film mit dem schauspieler kevin bacon wir haben echos stimmen aus der zwischenwelt in zwei media book varianten hier haben wir cover a dann gucken wir uns noch schnell cover b an das ganze zu bestellen bei amazon als nächstes haben wir dann escape room und ja der film interessiert mich auf jeden fall werde ich mir wahrscheinlich aber nicht kaufen sondern einfach nur mal online streamen zum test die bewertungen sind mittelprächtig falls ihr den film schon gesehen habt dann schreibt es mir doch bitte unten in die kommentare rein ich finde das thema richtig spannend denn diese escape rooms erfreuen sich ja auch immer größerer beliebtheit und ja da wollte ich auch mal bei sowas mitmachen und falls ihr schon mal in einem escape room wart und wie eure erfahrung da ist könnt ihr mir das ja auch gerne in den kommentaren mitteilen als nächstes hätten wir noch einen film mit liam niesen was wahrscheinlich sein letzter actionfilm wie es zumindest hieß hard powder erscheint hier im limited steelbook wir haben hier die 2d variante es gibt auch ein 4k steelbook das ist aktuell allerdings ausverkauft bei amazon und selbstverständlich gibt es noch eine standard blu ray und dvd und 4k also für jeden fan müsste da was dabei sein als nächstes hätten wir noch the hate you give hier eine kundenbewertung tja kann man nicht viel drauf geben falls ihr den film kennt oder dazu was zu sagen habt gibt mir mal eure meinung bitte unten in die kommentare rein und schon kommen wir zum nächsten film nämlich weil lego movie 2 da bin ich ja mit dem sonemann im kino gewesen und man sieht es hier auch an der bewertung ich würde das ganze ebenfalls so einordnen der film ist okay allerdings ein bisschen zu sehr auf das ganz kalle auf das ganz kleine publikum zurecht geschnitten und ja es waren uns ein bisschen zu rosa und zu bunt und zu kitschig aber ansonsten hat man schon etwas spaß und hier gibt es dann leider kein steelbook bei uns in deutschland leider auch nicht bei cd was etwas schade ist allerdings gibt es bei zavi hier ein steelbook das kann man sich hier mal angucken und was besonders cool ist hier hinten stehen die tonspuren mit drauf da kann man mal rein zoomen aber enttäuschung macht sich da breit denn es ist leider keine deutsche tonspur mit an bord somit bleibt eigentlich nur importieren diese steelbooks plus die deutsche emery dann kaufen das wird wieder schweineteuer und ob sich das bei dem film lohnt das weiß ich jetzt wirklich nicht und das steelbook passt jetzt auch nicht wirklich zum teil 1 wenn man sich das ganze anguckt was damals in italien erschienen ist und ja aber ich bin mir sicher der ein oder andere will es haben und falls ihr euch dafür interessiert einfach in die youtube suche mal lego movie 2 steelbook eingeben wie es ausschaut gibt es dasselbe steelbook auch bei best buy und hier kann man sich schon auch diverse unboxings dazu ansehen dann haben wir hier noch einen film mit matthew mcconaughey nämlich white boy rick und ja der film ist auch sehr interessant matthew mcconaughey spielt ja jetzt immer mehr interessantere rollen hat sich zu einem super schauspieler gemausert weg von diesen typischen frauenschwarm und ich mag ihn einfach sehr es ist er ist sympathisch und auch die auswahl seiner filme ist immer kunterbunt durchgemischt also nicht immer dieselben rollen finde ich richtig cool und deswegen werde ich hier bestimmt auch mal rein schnuppern und dann haben wir noch was für unsere paywatch fans nämlich erscheint hier staffel 1 neu auf blu ray und auch staffel 2 erscheint am 12 juli allerdings der preis pro staffel 30 euro leute wenn ihr euch das einzelne alles kaufen wollt tja dann blutet mal wieder der geldbeutel deswegen warten bis der preis fällt oder eine komplett box auf blu ray rauskommt man sieht hier den hinweis remastered und ich finde auch das cover richtig geil oder leute schreibt mir eure meinung dazu unten in die kommentare rein wenn da ein steelbook rauskommen würde hier so mit diesen cover dann würde ich es mir überlegen aber ne eine normale emery zu dem preis no way und letzten endes haben wir dann noch den film death weekend oder party des grauens zu bestellen bei ofdb.de hier erscheinen verschiedene media book varianten zum film party des grauens kenne ich persönlich nicht aber okay muss anscheinend ein richtig kultiger horrorfilm sein schreibt mir eure meinung dazu in die kommentare rein und ob ihr euch das kaufen würdet oder nicht und das soll es dann auch gewesen sein mit der kalenderwoche 28 wenn was für euch dabei war lasst mir doch bitte einen kommentar da und einen daumen nach oben wenn euch das video gefallen hat ansonsten macht es gut bis zum nächsten mal und servus das video gefallen hat ansonsten macht es gut bis zum nächsten mal und servus